Hallo Leute, mein Name ist Micha, ich bin trans und heute ist es soweit, ich bin auf dem Weg zur Endokrinologie, wo ich heute hoffentlich meine Hormone verschrieben bekomme und sie dann natürlich auch zum ersten Mal einnehme. Auf dem Weg dahin holen wir noch Marie ab, die das Ganze nochmal filmt und die mir natürlich vor allem seelisch und moralischem Beistand gibt. Hallo. Ich habe das Wichtigste gegeben. Das ist schön, dass du das. Oh, danke schön. Das hat ein bisschen eine Übergewichtung, man kann den BH auch machen. Wow, wie geil. Soll ich das ausmachen? Ne, also ein bisschen, guckst du. Schau mal, was ich hier reingeschrieben habe. Los geht's. Juhu, da ist das. Okay, so meine erste Estrogenpackung, vorhin in der Apotheke abgeholt. Aha. Ich sehe gleich mal, dass zwei davon eine Kante haben, egal. Zum Teil wahrscheinlich. So. Meine erste Estrogen. Ihr seid live dabei. Du bist live dabei. Ach, die sind einfach nur vorne hin. Zwei Milligramm. Nein, ist nichts passiert. Alles gut. So, das war mein erster, mein erster Estradiol. Ich spüre noch nichts. Und ich glaube, das ist doch normal. Ich werde euch dann in ein paar Tagen berichten, wie es so mehr gegangen ist. Tschüss. Auf geht's! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020